so sportsfreunde jetzt geht es los eine neue strecke die wir hier abchecken in 20 metern geht es rein auf den trail und ja ich bin den vor ein paar wochen mal gefahren und jetzt schauen wir uns mal an was hier so abgeht jawohl hier geht es rein also das scheppert schon schön aber dafür haben wir ein fahrwerk Bremspunkt verpasst und dann geht es in die ballerei so was gibt es hier ein größerer stein in der kompression das wir so ein bisschen kurbeln dass wir hier vorankommen jetzt geht es hier runter schon auf die straße und jetzt können wir hier hochpedalieren juhu also das habe ich für euch schön vorgespult ich habe hier relativ viel gas gegeben hier ist auch wieder flach ich habe heute mal vorne mir den ass der erste guy von maxis drauf gezogen und bislang super grip also echt genial ich würde mal interessieren was ihr denn so fahrt habt ihr da euren go to reifen oder macht ihr je nach BDF ich habe euch was anderes drauf puh wow wahnsinn da hat mich gerade noch ein stock ins gesicht geschlagen ich glaube jetzt müssen wir hier ein stück weiter abbiegen und dann geht es weiter rein ja da sind wir schon ja vom regen stehen noch leichte pützen aber ich denke sonst ist es sehr griffig ist aber jetzt sind wir schon wieder im trail drin ja hätten wir den bremspunkt noch ein bisschen früher setzen können ja wuh 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 hätten wir besser rechts abbiegen müssen so da ging es mal links mal rechts bleiben wir mal hier ja schöne kuppe so und jetzt sieht es mir richtig steil aus oh ja wuh schon sind wir unten jetzt hier gibt es auch schöne viele andere trails jetzt die sehen wir in der nächsten abfahrt ja 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 ja